Hi, ich bin Ben. Das war mein letztes Tor auf diesem Platz. Denn unser Dorf, das gibt es bald nicht mehr. Wie kannst du dir das auch noch ständig angucken? Wieso? Weil unser Zuhause bald genauso aussieht. Hallo, ich bin Stürmer. Das ist, ähm, Ben. Er ist neu und er spielt heute mal Abwehr. Los. Aber eigentlich bin ich Stürmer. Setz dich doch da neben Emil. Da sitzt aber die Sarah. Du bist einfach zu weit weg. Fehlt uns echt. Knallland-Ei. Das ist Tarek, der kommt aus Syrien. Gut, dass du da vorne sitzt. Da kann er einen Freund neben dir sitzen. Das ist nicht mehr ein Freund. Ben, guter Einsatz, gutes Spiel. Sehr wichtig, dass wir jetzt einen guten Mann auf der Bank sitzen haben. Und für Can spielt Tarek. Ich? Ben, die Lösung zu 5a? Äh, 5 Achtel. Genau. Okay, wir machen weiter mit Partnerübungen. Such dir irgendjemand aus, ja? Ja. Mein Bruder. Tareks Bruder. Ist auf dem Weg nach Deutschland. Wenn jeder von uns 10 Leute fragt, dann können wir ihn finden. Wir wollen dir helfen, Tarek. Ich könnte dir was zeigen. Ich hab hier gewohnt. Manchmal brauchen wir, wie ihr zeigt. Ich muss wachsen. In der drin. Geiler Pass machen. Super gemacht. Waa, 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 waa. Du bist mein Bruder. Und Bruder bleibt mein immer. Ihr seid die besten Jungs. Und Mädchen. Kann die nicht endlich mal in die Mädchenmannschaft wechseln? Nein. Nein? Seid froh, dass sie für uns spielt. Ich bin nehm. Vielen Dank.